aber der hat bei mir auch ein Fragezeichen stimmt ja beide habt ihr jetzt ein Fragezeichen ist bei mir irgendein Fein weil da ist ja bei dir auch ein Freund drin in der Liste kann er spielen komisch aber entweder hat er besseres Equip oder Skills recht komisch weil er hat erheblich mehr Leben also ja du hast ja einfach ein höheres Level höheres Level 8 10 und ich bin 10 ich bin 9 ich bin 9 sag ich stand da nicht gerade 9 oder war das Companion das war Companion was geht denn ab langsam geht uns der Weg aus ich bin 10 ich bin 10 du komm erstmal ich bin 10 ich bin 10 ich bin 11 ich bin 10 Happy Queen, ich hab dich gleich. Nice. Deswegen waren wir hier. Der Kack ist hier. Ja. Gut, dass ich so denke, wir. Ich hoffe, wir haben hier unten. Wollen wir den Rausch machen? Geht das? Nee, stimmt. Könnt ihr noch einfach fahren? Ja, ich finde aber nicht, wie ich ihn rausschmeißen kann. Weiß ich auch. Hä? Ich bin gerade am Equipen. Ich auch. Und wahrscheinlich haben wir dann gleichzeitig A gedrückt, also bestätigt. Warum bestimmt denn der jetzt, wo wir hingehen? Ja, vielleicht, wo wir das Spiel neu gestartet haben, vielleicht hab ich dann einmal nicht Friend-Only gemacht. Deswegen ist er drin. Wollen wir den Neustart? Können wir auch machen, ja. Wir teilen noch kurz ein paar Punkte. Weil dann wäre es mein Vorschlag, lass uns kurz neu starten. Wir machen, weiß nicht, fünf Minuten Pause und machen dann weiter. Gute Idee. Machen wir so. Okay. Jetzt ist er eh gegangen, okay? Jetzt können wir eh weiter machen. Ja, ist ja dann nix dran. Machen wir kurz fünf Minuten Pause. Boah, der Schild. Boah. Wir haben ein Schild mit 28 mehr Verteidigung drauf. Boah. Wir haben einfach gefunden. 38 auf 66. Das gibt's ja gar nicht. Muss ich auch mal durchgehen, was die so gefunden hat. Ich glaube, ich war zwar das Einzige, was gut war, aber egal. Ja, gereicht. Poison Resistance. Ich finde, dass irgendwie solche Sachen, die magische Widerstandskraft oder sowas haben. Aber jetzt keine Schilder oder Schilder habe ich eh nicht. Oder gute Waffen oder Panzerung habe ich jetzt nicht. Aber ich habe ja schon Defense 37. 240. Okay. Also Schild alleine hat 66. Hm. Oh, ich habe gerade gesehen, im Boots habe ich bisher Defense 7 und jetzt habe ich gefunden 46. Ist auch ganz geil. War das besser als meine. Ich habe nur 44. Siehst du? Okay. Dann machen wir kurz Pause. Bis gleich. Wie raus? Das Spiel dann reicht dann. Nee, das Spiel kann man ja so laufen lassen. Also ich habe gedacht, damit wir wieder einen Safe dran haben. Ach so. Und du könntest mal auf Englisch stellen, dann haben wir die gleiche Sprache. Ja, können wir mal. Okay. Das ist doch ein Deal. Das ist ein Deal. Deal oder no Deal? Pause jetzt. Ja. Okay. Das ist doch noch mal. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020